Hi Leute, ich bin jetzt ein kurzes Update. Ich bin jetzt in Ransdorf und ich mache halt einen Ausflug zu meinem Vater. Also meine Mutter wird in Hamburg und mein Vater wird in Ransdorf. Übel weit weg, aber ist halt immer so. Und ich fahre jetzt als mein Vater nach Ransdorf. Und das wird hoffentlich mega geil. Und ich habe wirklich... Scheiße, es steht halt keiner an der Bushaltestelle, außer so eine alte Oma. Aber ich gehe mal ein bisschen in die Richtung, da kann ich nicht lauter besprechen. Gönnt euch diese Witze. Die ist übel extrem. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier langlaufe. Es wird schon richtig sein. Bei Friedrichshahn und Ransdorf ist voll geil, ne? Obwohl Hamburg ist auch geil. Ich gehe jetzt mal wieder zur Bushaltestelle. Es wird schon mal leid, wegen der schlechten Qualität. 14.58 Uhr. Sechs Minuten kommt man durch. Man muss fertig auffilmen, aber halt übel unauffällig. Ja. 15.58 Uhr. Mir ist erstens mal arschkalt. Das Zweite ist, es sind ja Ferien und keiner von meinen Freunden hat Zeit. Also ich meine ein paar haben Zeit, aber es sind halt nur wirklich ganz wenige. Aber der Rest ist im Urlaub. Ich will auch in Urlaub. Manu ist auf meinem Bus. Ach so, nochmal. Und schaut unbedingt bei Creepery Emi. Das ist eine Freundin von mir vorbei. Und bei, ähm, Unicorn Hannah. Scheiße, die Oma guckt mich voll gut an. Ich fahre, das ist okay. Die Bahn ist da. Ein Bus sollte bald kommen. Deshalb würde ich jetzt ganz unauffällig filmen. Ganz unauffällig, Wolf. Okay, ganz. Unauffällig. Das ist vielleicht weiter. Da müssten ja jetzt eigentlich schon die Ersten kommen. Der ist bald. Oh, ich hab's auch gemacht. Ich hasse es, in der Öffentlichkeit zu filmen. Ich hasse es. Da kommt nochmal der andere Bus. Okay. Ich film jetzt, wie gesagt, nicht unauffällig. Ja, gesagt, die Katze. Ja, jetzt noch eine aussieht. Vielen Dank. Ob ich mich drauf habe. Ich habe esbardemiert. Ich habe esu. Ich habe esu. Ich habe esu. Ich habe esu. Es ist zufältig. Leute, ich will jetzt aus dem Bus raus, wenn auch gleich, weil mein Vater, also, ja, zu Hause werde ich erst mal, wenn ich mich fahre, wenn mein Vater, oder ich werde erst mal ein bisschen mit ihm quatschen, vielleicht kommt morgen ja noch ein Video, okay. Dankeschön, war es das auch, das war ein sehr kurzer Vlog einfach, das war eine, danke, tschüss.